Heute male ich das nächste Porträt für meine Serie 100 berühmte Frauen. Das ist Nummer 23, deutsche Malerin Paula Modersohn-Becker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gemalt wird mit Acrylfarben auf Leinwand. Ich verwende wieder warme Farben. Ich mag einfach diese ruhige Wirkung, die am Ende entsteht. Ich verwende wieder auf Leinwand. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020